ja hallo ich bin willkommen zurück zu let's play final fantasy endless nova wir sind jetzt in diesem namen bitte einfügen weit angekommen vergessen ich muss noch mal nachkommen dafür scheiß ich mir musste ausweichen ich habe hier angriffen zu werden ja wie hieß er weiter noch mal mir einfach ist genau mir anwalt oder nie an frost eigene übersetzt man nicht wie gesagt so waren wir das erst mal angekommen bisschen das war maragon der angekommen und ich weiß nicht ob er gelebt hat aber die mp sind auf einmal so relativ hoch und ich glaube ich gehe mal eben kurz heilen nebenbei denn wir sind doch schon etwas angeschlagen und ich weiß übrigens das ist irgendwo auf der weltkarte in alten gibt und das krieg da mal nach also hier auf dem weg darum enter darum treten die hier ein hhh der wird das ausgesprochen der man kann die der man nicht darum neue abfüssen auf dem maragon sprechen mal bitte namen die in englischen vorkommen auch englisch aus also die wo wir hier in englischen spiel sind sprechen wir nicht aus wo er spricht auch nicht deren aus da konnte ich halte ich mich für mich da konnte ich mich jedes mal dafür auf darüber aufregen als ich das gehört habe wie die namen und die machen was abfüssen auf der maragon ein von der beiden hat den namen lisbeth so scheiße ausgesprochen ließ bett ich habe mich dass sie nur deutsche ist ja ja wir könnten nichts kaufen und kein geld haben wir haben kein geld wir haben kein geld kein geld kein geld ich könnte eigentlich treten nach neben doch hätte ich in die erst noch mal auf das muss erst mal als man normal aufnehmen müssen wir müssen mal normal aufnehmen danach kann ich immer noch level nach geht um wie viel geld ich brauche naja ich würde gucken nein ich will hier auch das ist ja ultern der wir hier ist toll das werde ich bei jedem schritt hier nein nein auch das ist ja so nervig planet korea der augen geblendet in seite ist dom es heißt many small towns in various areas aha gut schön wenn er das hat und immer so dieses popomen auch kommen auch wenn wir ja hoffen weiß alten zielten gehen wahrscheinlich ist mir doch so ist ein scheißegal gerade ja entern wir gehen das nicht ein bisschen auf den keks der feinde fände ist jetzt die musik ich als lied ja das ist doch den kenne kreis das doch der weiter ist dingo 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 hh das kennen wir mal und ja eigentlich könntest du das ist ganz nicht die sind glaube ich gegen das ist das ist das waren die oder so wenn ich noch richtig erinnert das auf alle motor und du wirst einfach mal ein kreuer auch genutzen habe ich glaube auch dass ich auch voran auf wir machen sondern auch von dem bauern dingo 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 ab 19 mp20 m klasse bist das haben wir noch nicht uh... er stark gegen donnerstag gegen wasser ok nein das war wasser haben wir wasser wir haben kein wasser stumm hat sich wo man immer wenn man kann ich was sollen die kacke hier vor dem wir uns würden gehen motor kann oder endlich verunterwissen haben wir das nicht schon warum der kreis ist egal wie macht er überhaupt keinen schaden hier die tröße der 130 schön wirst du ich motors den shop müsste ich ausrechnen wie längst ein bisschen bräuchte da müsste man keine ahnung wie viel na gut mit einem kopf hat man schon die 50 hier draußen ich wollte von der wisse haben wir hatten auch kein natürlich ist das die die marke die beiden hier sind keine magia vergesst es den gehen man sie beizubringen das ist verschwendung ist mir von die meisten mp und auch den die meisten magic hat ihr mal zu merken könnt euch das waren das motor für eine menschung hat und lustig also lustig ist nur die magie bringen ja und nicht in so einer verschwendung wie motor die kann man gar nichts die kann nur hier ein bisschen magie sowas wie die tate sollte ja 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 dann wieder in unfall heilen kann aber ansonsten und auch in der gegner bombe kann man schon das wir müssen auch mal wir müssen auch mal die kacke forum system so viel ab motor fändet der fändet und gestorben scheiß drauf muss ich hätte in den grünen dingo noch mal besorgen wo geht es und hier lang so wie geht es denn aus zum geben erstmal nach oben meine truhe mit einem halb hauschen sehr schön geil das dort ließ aus handelt hat noch keiner aber vorher noch ganz gut so ist hier auch noch mit ruhe und wieder die kacke ich habe schon hier meine kreide ort unnötigerweise und wie du machst du bist du ein auf die kacke ich habe das ist so blöd zu ex secken oder ich krieg ich so nie so schön krise und es ist auch noch foto super ich habe ich drei kleine aubs er schwändet ist toll wenn ich dich toll wir haben nur noch vier posten sind mein posten sollen egal so was ist hier drinnen bei powder mal 4 weißes pilfer ist doch wo ist das mal da schweiz hat im welt item 1 kreativ in der schienzweißen zeit wir können uns später noch ein charakter der diese alten grüßen kannst du es also muss ich besser überlegen ob man die wirklich tauscht oder ob man die für den charakter verwendet ja jetzt raus also muss ich doch nach rechts hier gibt es übrigens und die erste beschwerung zu holen ja es gibt in der spiel beschwerungen das sage ich aber erst später wie das richtig funktioniert wenn wir die haben die erste was wir heute noch bis 8 20 bekommen ich beswaff es hier ist eine truhe an die ich gerne möchte truhe ist doch noch nicht hier zum boss ein ogen strikes ein christian also bei scan nido hast du nicht mp das machen man nicht so macht denn du machst die na dank auch wieder bitte besser nein auch alle was sollen die kacke das hängt aber nicht von deren 50 hp auch klasse roller eier strong eisbordern